So, Dathair Mythic Guide, erste Warnung, das ist ein ultraharter Boss, also die Vorbereitung für den Boss sollte sein, dass ihr als Gilde nicht ausrastet und euch auflöst, ganz wichtig. Zweite Warnung, das Video wird ein bisschen sehr, sehr, also länger gehen, also wenn ihr euch ein Video sucht, wo ihr einfach nur ganz kurz die Mechaniken sehen wollt, dann ist das Video nichts für euch, das ist eher für Raidleiter gedacht oder Leute, die wirklich intensiv sich mit dem Boss beschäftigen wollen. Wir werden hier auf alles Wissenswerte eingehen, was wirklich wichtig ist, wenn ihr den Guide einmal komplett durchgeguckt habt, dann könnt ihr den Boss, wichtig, verlinkt diesen Guide am besten im Discord, als Raidleiter habt ihr super einfach, verlinkt den und sagt, Hausaufgabe, lernt diesen Guide auswendig, guckt euch den einmal an und jeder weiß Bescheid, das ist die beste Bossvorbereitung, die man machen kann, wir gehen sofort rein. Das ist jetzt der Kill von ein paar Wochen bei uns, das war noch ziemlich Anfang, am Anfang vom Content und ihr werdet schon eine Kleinigkeit sehen, die ich euch empfehlen kann, über die wir gleich reden werden und wir haben, ich habe unten in der Kanalbeschreibung unser Dathia Mythic Week Aura Paket verlinkt, wie das aussieht, wie das aufgebaut ist und wie wir sie abspielen, das werde ich euch gleich erklären. Als nächstes, bevor ihr anfangt, solltet ihr auf jeden Fall, wie ihr hier seht, eine Liste haben, da Gruppe 1 und 3 und Gruppe 2 und 4 und dort dann Spieler einteilen. Welche Spieler ihr dort einteilt, ist schon sehr, sehr wichtig, es ist natürlich immer ein Tank, ein oder zwei Heiler, es kommt ganz auf eure Heiler an, wir haben zum Beispiel nur einen Paladin und der hat das gut hinbekommen, alleine zu heilen, man kann aber auch zwei Heiler hochschicken, müsst ihr selber sehen, was für euch besser ist. Schickt erstmal einen hoch und wenn er komplett struggelt, dann vielleicht einen zweiten, dann haben wir jeweils immer in beiden Gruppen einen Demon Hunter, wir haben in beiden Gruppen jeweils einen DK, in dem Fall bin ich als Tank-DK da und einer unserer DPS-DKs, einfach nur für die Abo-Limp, für die Grips. Wenn ihr keine DKs habt, macht das den Kampf schon deutlich schwerer, aber nicht unmöglich. Es ist trotzdem möglich, wie zum Beispiel als Tank-Prot-Worry kannst du da diesen Silencing-Challenging-Short skillen, wo die Mobs dann auf dich zulaufen, weil du die E-Mach-Sound-Sound-E und gleichzeitig Interruptes muss man sehen. Wir haben in jeden beiden der Gruppen einen Arcan-Mage. Arcan-Mages sind sehr gut dafür geeignet, weil ihr rampt einfach mal so viel Damage macht auf die Ads, die oben sind und dann schaut einfach, wie viele Ads ihr einteilt. Wir haben am Ende sogar, als wir den Boss gekillt haben, haben wir sogar unsere Eule noch abgezogen, weil irgendwann hatten die Jungs hier so viel Damage, dass sie auch ohne Eule klargekommen ist und wir haben einen Warlock, der die ganze Zeit auf den Boss durchtunnelst, weil Warlocks sind oben nicht so stark. Also man kann Warlock oben spielen, da muss man Destro spielen, dann kann man da oben auf jeden Fall ein bisschen was veranstalten, aber Warlocks und Eulen sind eigentlich die Klassen, die man nicht nach oben schicken sollte. Das erstmal als Anfang, was die Begründung ist. Ansonsten guckt einfach, was andere Gilden spielen, was für euer Setup am besten passt und wo ihr zum Beispiel den Monk hinsteckt, damit ihr den Monk lieber fahrt oder nicht, aber bei der ersten Gruppe, die war so stark, da brauchten wir keinen. Das ist erstmal der Thought-Prozess beim Einteilen. So, ansonsten das Zweite, was wir einteilen solltet, vorher schon, indem ihr irgendjemand ein Bild malt, weil die Ads sind immer so, dass ein großes Ad auf der Plattform ist und dann sechs kleine Ads. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und die solltet ihr einfach durchnummerieren und bevor ihr pullt, sollte man im Discord oder während ihr noch am Reden seid, eben abklären, am besten vor dem Raid. Nicht im Raid, das dauert zu lange. Wer welchen Mob kickt, am Anfang nur einmal kickt. Die sollten nur einmal gekickt werden, dann sammeln sie sich in der Mitte und sobald die einmal gekickt worden sind, dann kommt eine Stunt-Rotation. Und das ist wichtig, dass ihr da wirklich euch hinstellt. Und bei uns war das so, wir fangen immer an mit unserem DK, der Misery-Casted. Die Misery ist leider, also das Siegel, das Siegel verhindert, während es tickt, die Applications von neuen Debuffs für diese eine Sekunde. Was für unseren Enhancer superkacke war, weil wenn er da Lava-Lash drauf macht und den dann Flameshock nicht späten kann mit seiner Primordal Wave, ist das Damage-Loss. Also bei solchen Kleinigkeiten müsst ihr aufpassen und dann aware sein, dass es solche Mechaniken gibt. Dann habe ich gesleated, das ist diese Fähigkeit. Danach habe ich gestompt mit meiner Tauren-Fähigkeit. Dann hat unser Paladin Retri, hat dann seine Blinding Light gecastet. Und dann kam am Ende noch von unserem Warlock, das Dark Fury, der AOE-Stunt. Zur Not hätte auch noch der Paladin-Healer silencen können oder wirbeln können. Wir haben auch gearbeitet mit dem Capacitor-Totem von dem Enhancer. Brauchten wir am Ende aber alles nicht. Aber ihr solltet euch überlegen, was ihr da nutzt und was ihr machen solltet, ist wirklich mündlich, jedes Mal, wenn ihr oben seid, immer zu callen. Das werdet ihr auch bei uns gleich sehen. Blatt sagt dann gleich, ich habe Misery, dann sage ich, ich slite, ich stompe, Xale, du bist dran, Xale sagt Blind und dann weiß Cesar, er ist dran. Man kann Weak-Auren dafür bauen, die das automatisch angeben, aber die Leute sollten miteinander kommunizieren, weil das da krass nicht durchkommt. Vor allem gegen Ende ist es sehr, sehr wichtig. Und das ist auch schon mal eine sehr wichtige Sache und das wird alleine schon 20, 30 Puls dauern, bis beide Gruppen sich eingespielt haben, was die Kommunikation, den Ramp, die Ressourcen-Aufteilung etc. und die Spielweise, Survivability etc. rangeht. Wie die Phase jeweils gespielt wird, darauf kommen wir dann gleich zurück. Kommen wir erstmal auf die Mythic-Mechanik. In Mythic ist es so, dass jetzt die Ads, diese Infuser, statt dass die einfach spawnen, liegen die tot auf dem Boden und man muss die mit Energie aufladen. Der Boss gibt zwei Leuten, vier Leuten, Entschuldigung, immer einen Mark und dann trägt man einfach diese Marks in das Ad, was man aufladen will. Das ist eigentlich immer ziemlich einfach. Die vier Marks, die es gibt, einfach ins Ad rein, spawnen lassen, fertig. Es gibt am Anfang ein paar kleine, kleine Ausnahmen. Beim Anfang ist es normalerweise so, dass vier Stück spawnen und wir haben entweder einen BM-Hunter, in dem Fall hatten wir unseren Hunter, der ist MM gewesen, der kann im Opener nicht so viel moven, deswegen haben wir unseren Evoker hingestellt. Was er macht, ist sich absichtlich anzustecken mit so einem Mark und dann nochmal zwei weitere Marks reinzutragen, also insgesamt 60% von der Energie aufzuladen, 10% pro Mark, um das Ad schneller zu spawnen. Im Rekill haben wir das allerdings auf fünf reduziert. Dann spawnt das Ad eine komplette Welle später und habt ihr statt 25 Sekunden nur noch 9 Sekunden Zeit, den zu töten. Aber mit genug Damage sollte das kein Problem sein, denn Boss Damage ist egal. Das ist wichtig im Progress. Es ist alles wichtiger als Boss Damage. Boss Damage ist komplett free. Braucht ihr euch nicht mitbesorgen, mitbeschäftigen und das wird euren Progress komplett zerstören, wenn ihr da Leute habt, die aufgrund von Uptime sich in den Cyclone knocken lassen, Mark spreaden, nicht auf ihre Defensive achten, nicht gegenlaufen, nicht mitteilen an. Das ist alles viel wichtiger. Der Boss hat nichts mit Damage zu tun auf dem Boss selber, auf anderen Phasen schon sehr, sehr wichtig. Wenn ihr sofort jemanden seht, der das von Anfang an macht, sofort... Nicht machen. Jetzt kommen wir langsam auf den Pull. Pull mit Blattlast, alles Damage ziehen. Die Leute positionieren sich jetzt auch schon so, dass die automatisch zwischen diesen beiden Marks stehen, weil die ersten Marks gehen immer im Blau, aber da findet der größte Verkehr statt hier und haben jeder schon seine Ausrichtung. Bei den Meleys ist es so, dass man aufpassen muss, die Tanks, wenn das die Hitbox ist, immer wenn die Marks applyt werden, gucken, dass die Tanks immer in die Mitte kommen, dass der äußere Perimeter immer frei ist zu move'n. Und jetzt kommt noch eine wichtige Sache. Wenn man das Mark vorher hatte, kann man das nächste Mark nicht bekommen. Das bedeutet, dass wenn die Marks gleich nochmal applyt werden, alle vier, die vorher die Marks hatten, einfach vor allem die Meleys in den Boss sich mit reinstellen, weil die können das Mark nicht mehr bekommen und nur noch die Meleys außen bleiben, die vorher das Mark nicht hatten. Damit man direkt schon weiß, okay, ich stelle mich hier hin, ich stelle mich hier hin und ich habe sofort den Gap Close. Das wird auch sehr wichtig sein. Wenn eine Melee hier hinten steht und das Mark bekommt und komplett von da hinten durch den Boss da wäre nicht, hier hinten läuft Katastrophe. Nicht machen, seid da wach. Und jetzt kommen wir auf diese Änderung oder auf Punkt 1. Ihr seht, ich habe hier die Namensplaketten eingeschaltet. Da gibt es bei Plater auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt auf Wowhead sogar eine C-Bar. Den Artikel dazu werde ich euch auch verlinken. Da gibt es einen Chatbefehl, den man eintragen kann. Dann kriegt man die HP-Balken nicht, sondern nur die Namen, damit es nicht zu störend ist. Und damit sieht man auch vor allem als Raidleiter und aber auch nicht als Raidleiter, sondern auch als Spieler, wer gerade da läuft. Ist das ein Pet, ist das irgendein Summon, ist das irgendein Totem oder sind das wirklich Spieler, die gerade auf dem Weg sind. Aber wir gehen erstmal rein und wir werden dann ganz kurz gucken, wie der Kampf verläuft. Achso, eine Sache noch. Die Markierungen könnt ihr so kopieren. Wir nehmen, also in den Wegauren, die ich euch unten gepostet habe, arbeitet man mit einer Markierung. Die sind doppelt gemarkt. Einmal sind die mit einem Worldmark gemarkt und einmal jedes Mal manuell von mir als Raidleiter. Es gibt ein Add-on, was das automatisch mag, aber einfach selber manuell marken oder wählt jemanden, der das einfach zu jedem Pull einmal mag. Kann man machen, ist nicht so wichtig. Und die drei Marks, die noch übrig sind, sind einmal Totenkopf, Kreis und Mond. Und was ich jetzt gemacht habe, ist drei Leute abzustellen, die, sobald sie in ihrer Intermission geht, kommen Blitze runter. Die sehen ähnlich aus wie die Blitze. Und zwar auf der Plattform, die spawnen wird. Das heißt, ihr habt fünf Sekunden vorher schon die Information, welche Plattform aktiv ist. Und das ist super wichtig, dass man sofort weiß, in welche Plattform man geht. Und weil man nicht drei Augen hat, habe ich jetzt drei Spiele abgestellt. Einmal unseren zweiten Tank und einmal unseren Rogue und einmal mich. Jeder hat dafür seine eigene Spot-Pose. Und wir konzentrieren uns die ganze Zeit, während, kurz davor, eine Sekunde, bevor der Cast kommt, gucken wir und sofort callt derjenige. Und sobald ich auch nur die Stimme höre von unserem Rogue, drehe ich sofort, der ganze Raid dreht sofort um. Und bevor er callt, geht es gelb, wissen wir schon allein vom TeamSpeak-Voice her oder vom Discord-Voice, was aktiv sein wird. Diese Sekunde ist auch ultimativ wichtig. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Der Kampf fängt an. Alle sind vorbereitet und es geht sofort los. Auf geht's. Das Erste, was passiert, dieses Big Wix-Profil ist übrigens auch unten in der Kanalbeschreibung. Da seht ihr sofort, wer welche Fähigkeit als nächstes kommt. Das Erste, was passiert, sind die Marks. Drei, zwei, eins, verteilt stehen, kurz auf dem Boden achten, wer hat die Marks? Da sind sie. Eins, zwei, drei, vier. So, und hier oben ist die WIG-Aura, die ihr habt. Ihr habt die Anzeige, wie viele Marks in Blau reingetragen werden sollten. Also seht ihr die Anzahl und die Farbe. Ihr seht, wie lange ihr noch Zeit habt. Und ihr seht, wer die Marks hat hier unten. Und vor allem diese WIG-Aura hier, die ist ein bisschen laut. Das ist meine, die ich noch dazu gefügt habe. Ihr seht, wie lange der aktive Debuff drauf ist. Und ihr solltet eigentlich nie über zwei. Zwei ist das Maximum, außer bei den ersten beiden. Da haben wir es so, dass es teilweise bis auf vier hochgeht, weil es passiert sonst nichts. Und es hat jeder noch 100% live. Was sie also machen, ist, der Hidimo, der Mensch nimmt sich einen, da nimmt er den zweiten. Dann verpisst er sich. Nicht egoistisch das Schämen bleiben und macht den Leuten Platz, die auf das Mark hinwollen. Da aufzupassen und nicht grüßig zu sein, ist so wichtig. Nochmal, wenn ihr da DDs habt, die da tunneln und keinen Bock haben zu rufen, dann geht dann den zwei Steaklassen auslaufen. Da ist er ausgelaufen. Dann geht er rein, macht ihm Platz. Dann geht er rein, nachdem er castet. Sieht ihr, dass er nicht wieder zurückläuft, weil er sieht, dass er hinterher auch noch jemand ist? Er macht ihm Platz. Er läuft nach vorne raus. Augen aufmachen, wo eure Partner sind. Ist super wichtig. Nicht egoistisch spielen. So, Seahoxen lässt auch noch auslaufen. Zack, ist ausgelaufen. Jetzt geht er rein. Und X-Zoom geht dann auch rein. Das ist unser Akan-Mage. Meistens rampt er noch zu Ende. Ist auch okay. Wie viele Stacks ihr macht? Es kann sein 1-4, es kann 2-2-2, wie auch immer. Hauptsache, ihr kriegt die einigermaßen rein. Und was jetzt passiert, ist auch extrem wichtig. Wir sind erst eine halbe Minute im Kampf. Und was jetzt passiert, ist erstens move'n die Tornados. Und bei den Tornados darf man sich nicht knocken lassen. Denn während man landet, kriegt man schon die neuen Marks. Die kommen jetzt schon hier in vier Sekunden. Das ist nicht viel Zeit. Moment, machen wir erstmal dahin, damit wir ein bisschen bessere Qualität haben. Und was jetzt auch passiert ist, wie ihr seht, dass die Leute, die erstmal dodgen und die Leute, die gerade die Marks hatten, sich ungefähr hier so tummeln. Und die Leute, die die Marks nicht hatten und potenziell Marks bekommen können, tummeln sich hier. Damit sie sofort in das Markt können. Weil was wir jetzt noch gemacht haben, ist kurz vor dem Cyclone, vor dem ersten Cyclone bei acht Sekunden, direkt ein Vierer-Stack. Weil unser Druid in dem Moment rampt. Ob ihr jetzt 2-2 macht oder direkt ein Vierer, ist eure Entscheidung. Müsst ihr gucken, was ihr da committed, ist auch nicht so wichtig. So, jetzt kommen die neuen Marks. Jetzt, zack, da sind die Marks. Augen aufmachen. Einmal. Dann zweimal. Da einmal. Und jetzt kommt das Cyclone. Viermal. Das Ad ist jetzt gespawnt. Wenn ihr die Dings nutzt, wenn ihr die Taktik nutzt, wo ihr nur fünf reinmacht, dann ist das Ad noch mit 90 Prozent da. Die meisten spielen es aber mit einem Sechser, wo das Ad jetzt da ist. Der Vorteil von der Taktik, dass man nur mit fünf Stacks spielt und dann noch wartet, ist, dass die nächsten Marks erst in 18 Sekunden kommen. Also erst in 18 Sekunden würde man das Ad spawnen. So lange hat man Ruhe. Man wird hinten raus einen Debuff weniger im gesamten Bossfight haben, was hilfreich ist. Aber der Nachteil ist, dass man die Differenz zwischen 18 und 33 Sekunden bis die Ad spawnen, da muss man ein bisschen mehr auf den Infuser committen. Was aber fein ist, weil Boss-Damage nach wie vor irrelevant ist. Also würde ich euch das sogar empfehlen. Aber in Progress haben die meisten es so gespielt. Was man jetzt macht, ist einmal diesen Cyclone abzuwarten, indem man den Mob schon mal hinterbricht. Der darf nicht casten. Er castet einmal. Und sobald er anfängt zu channeln, kriegt der Boss direkt einen Stack. Deswegen darf er nie channeln. Er muss immer im Cast abgebrochen werden. Das gilt für jeden Infuser. Die unten sowie oben. Super wichtig. Ansonsten gucken, aufpassen. Also die Kar ist halb so wild. Ich ziehe Late-Death-Advance, weil der Boss danach einen Tank-Hint macht. Und ich bin danach immer noch am Death-Advance und kann nicht genockt werden. Und verwirre Leute nicht, indem da so ein Taucher durch den Raid-Charge. Und was wir hier haben, ist auch schon mal eine Marks-2-Grün. Eine Aura, die uns anzeigt, wo das nächste Ad hin soll. Und dementsprechend die Leute sich präpositionieren können. Und da machen wir 2-2. Zack. Snaus. Die 4 haben es. Da sieht man es. Der Rest macht Platz. Ihr seht schon. Die sind sofort weg. Das hinzubekommen, ist so wichtig. 1, 2. Kurz warten. Dodgen. Da ist ein Dreier. Der darf nicht sein. Das ist super crucial, dass das nicht sein darf. Passiert. Ist whatever. Und dann den vierten. Und was jetzt passiert, sind Ads in zweieinhalb Sekunden. Bis jetzt ist schon die erste Minute des Kampfes super, super wichtig. Da passiert ultimativ viel. Wichtig ist, jetzt kurz gucken. Welches ist es? Zack. Und sie fängt an zu casten. Mein Blick geht sofort in meinen Bereich. Ich bin einer der vier Spotter. Äh, drei Spotter. Und hab gesehen. Diesen einen Blitz. Und sofort Totenkopf. Es ist Totenkopf. Und zieh, 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 zieh. Kurz aufpassen, wo die Tornados sind. Manchmal sind die komplett asozial. Wichtig, wenn beide, wenn das Edge sterben, werden beide Gruppen genockt. Die Gruppe, die hoch muss und die Gruppe, die unten steht. Also beide sollten zusehen, dass sie richtig stehen. Unser Snaus zum Beispiel stand hier links. Ist für ihn egal, weil er ist halt einfach, äh, äh, der ist einfach Warlock. Hat gerade frisch sein Portal gelegt und kann sie einfach zurückporten. Und jetzt fängt das oben an. Die Gruppen unten, was die machen, kommen wir gleich. Oben haben wir genau diese Auflistung, die wir, äh, vorhin hatten. Wir hatten den Mob in der Mitte und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeder kickt sein Edge. Also die Cast ist eigentlich halt so wild. Du gehst rein. Man unterbricht sofort diesen Cast. Das ist in dem Fall meine Verantwortung. Danach kriegen das immer der Tank und, also ich und, äh, der, äh, Rogue. Und diese Einschläge hier, die dürft ihr nicht abbekommen. Die kommen alle 3, 4 Sekunden. Die sind super berechenbar. Die kommen immer zur selben Zeit. Und wer die abbekommt, der macht den Heilern das Leben zur Hölle, weil die Heiler müssen jeden GCD so einteilen, dass sie keine Zeit haben, irgendwelche Fuck-Ups zu heilen. Also guckt, dass ihr da rausläuft. Und dann wird hier geblastet. Und zwar full Damage auf den Infuser. Die kleinen Ads, die sterben. Das ist kein Problem. Wenn da mal ein paar Cast durchkommen, hier rechts und links, halb so wild. Guckt einfach, dass ihr ein paar davon kickt. Und wichtig, was jetzt passiert ist, ab, wenn ihr ungefähr den Thunder, äh, den, ähm, Infuser, wenn der ungefähr auf 30% Leben ist, dann solltet ihr den Def-CD ziehen. Weil die Leute wollen getoppt sein zur Explosion. Die wollen nicht zur Explosion den Def-CD ziehen. Und was ich also mache ist, ich lege jetzt schon mal eine, äh, Anti-Magic-Shield hin, für die Jungs hier vorne, damit sie genug Platz haben, um, äh, damit auch nochmal getoppt zu sein. Wir finischen alles. Und beim Finischen kommt nochmal ein Einschlag. Für einen Knock, da ist der Einschlag. Und dann, deswegen, äh, tankt man oben auch, dass er ein bisschen weiter an der Wand. Man baitet schon mal hier die Einschläge, geht nochmal einen Schritt hier vorne hin. Und während man die Einschläge outrange, guckt man nach unten, wo man hingenockt wird. Weil du willst unten weder in einen Markt genockt werden, und das ist dementsprechend die schlimmste Position, die man hat. Die Jungs unten stehen zwischen Lila und Grün. Und wir haben das so gemacht, dass alle Leute in diesem Bereich hier stehen. Alle hier. Denn wir, die ganzen Jungs, regnen gleich hier runter. Piu, 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 piu. In dem Moment, wo gerade die Marks da sind. Und sich dann anzustecken, kurz bevor der Cyclone in zwei Sekunden kommt, ist Wipe. Also das nicht machen. Was wir gemacht haben, ist, dass zwei Leute, die die Marks haben, und die, ähm, super schnell sind, wie zum Beispiel Mage einmal blinken, oder disengagen, ganz kurz callen, ich mach grün, und deswegen zwei Stück in grün schon mal abstecken, bevor wir landen. Da seht ihr auch ganz schön hier, ne? Wir gehen rein, da ist der Mage, hat reingeblinkt, und da ist der Zweite, geht rein. Und bevor wir landen, sind beide Marks weg. Die, die noch übrig sind, sind einmal der hier, der schon an seinem Lila-Mark schilt. Seht ihr hier auch, ne? Grün und Lila, zwei, zwei. Ähm, und das ist etwas, was auch nur beachtet sein muss, oder werden muss, wenn die erste Plattform Totenkopf ist. Also die linke erste Plattform. Das ist die schlimmste Plattform. Ist halt ein Kack-Try dann, aber die, die kommt leider sehr, sehr oft. Und dann habt ihr schon mal die erste Plattform überlebt, und ihr seid schon mal zwei Minuten im Kampf. Und das ist bis jetzt nicht mal der härteste Part. Der härteste Part kommt nämlich jetzt. Das, das ist jetzt, äh, nicht jetzt, es kommt noch später, aber es wird ab jetzt heiklich. Äh, heikel, heikel. Was jetzt passiert ist, dass der Raid von oben nicht viel Life hat. Ihr seht, diesen, das sind alles Leute, die gerade oben haben mit 17 Stacks. 17 Stacks, 17, 18, maximal 18 Stacks, dann sollte die oben fertig sein. Vielleicht noch 19, aber mehr als das, dann sollte die vielleicht einen zweiten Heiler mitnehmen, weil das wird dann alleine wegzuhalten. Das hat das erstmal als Benchmark, als Threshold, wie viele Stacks man oben hat, um zu wissen, wie viele DPS man braucht. Wichtig ist, dass jetzt auf jeden Fall die Leute getoppt werden. Wir haben nur einen Zweier-Stack, der ausläuft, und nicht, sobald das ausläuft, noch einen Zweier-Stack rein. Jetzt aufpassen, die Leute sind super low, 50%, 50%, 50%, und wir haben jetzt Cyclone, der wird jetzt gecastet. 3, 2, 1, jetzt kommt Cyclone. Und hier ist es ultimativ wichtig, scheißt auf Damage. Ihr stellt euch hier hin und drückt einfach nur W und lauft einfach nur gegen, während ihr heilt und überlebt und einen GS schluckt. Hier nicht irgendwie versuchen, zu min-maxen, euch dagegen einfach nur laufen. Diesen Cyclone zu überleben, ist so wichtig. Später mit Gear vielleicht nicht mehr, aber ohne Gear war das absolut horrendisch, das zu überleben. Wenn ihr gute Heiler habt, die auch eh rampen können, dann ist das Cyclone safe, aber spielt das trotzdem safe. Wichtig ist auch, in diesem Cyclone müssen trotzdem die Devos abgesteckt werden, aber nicht mehr zwei als sechs, sondern immer nur ein. Maximal einreihen, maximal einreihen, weil direkt in vier Sekunden kommen schon wieder die neuen Marks. Und in neun Sekunden, beziehungsweise in 20 Sekunden, kommen auch schon die neuen Ads. Also wir haben die neuen Marks, auch da wieder gucken, wer hatte die Marks vorher, eben Augen aufmachen, wo sind die anderen, macht den Leuten Platz, wir haben hier hinten ein Mark, wir haben da vorne einen Mark, die müssen alle zu Lila, also macht den Leuten Platz, hier ist ein Mark, da ist ein Mark. Und während man dodged und diese Tornados bekommt, während die Leute laufen und man sich knocken lässt, ist die Chance hoch, dass man sich ansteckt. Also auch hier hat man immer noch keine Zeit, auf dem Boss zu tunneln. Es ist permanent Arsch offen haben, um zu gucken, dass man sich nicht ansteckt. Einfach clean spielen, guckt nur auf den Bildschirm, hier, eure Rotation ist scheißegal, tut irgendwas. Es ist nur, sich nicht anstecken zu lassen, ist wichtig, um den Boss zu legen. 2 ist 6, wir haben jetzt noch 6 Sekunden. Wichtig, die Plattform, die wir gerade gemacht haben, die kann nicht nochmal aktiviert werden. Es muss immer eine Plattform sein, die nicht gerade aktiv war, außer wenn alle 3 Plattformen einmal aktiv waren. Die 4. Plattform, also wenn sie wieder von Neuem anfängt, ist wieder komplett random. Und das ist das Einzige, was true ist. Es gibt da keine Ausnahme. Es ist komplett random. Es kann auch wieder dieselbe Plattform vorher sein. Es ist random. Also nicht irgendwelche Aberglaube von wegen der kann es nicht sein, da waren wir gerade drauf oder wie auch immer die Rotation fängt wieder von vorne an. Es ist nach 3 völlig random, welche Plattform aktiviert wird. Hier ist dasselbe Prinzip. Die Leute, die nach oben gehen und die Leute, die unten sind, werden beide genockt. Die Leute, die unten sind, sollten sich in die Richtung nocken lassen von dem Add, was wir gleich aktivieren wollen. Also nicht irgendwie zu Sternen, wir wollen ja Lila noch aktivieren. Da aufpassen. Und ansonsten muss die Gruppe oben jetzt. Und die Gruppe hier hält die Schnauze, weil die Gruppe oben muss komplett klarkommen. Wann sie stunnen, wann sie nocken, wie viel Damage sie machen müssen, welche Dev-Cities sie oben ziehen müssen. Hier unten wird einfach nur zugesehen, dass man einfach keine 3-Stacks macht. Einmal, zweimal. Und da wurde auch kommuniziert, dass der Heiler einfach stehen bleibt. Als Raid-Liter, wenn du die Awareness dazu hast, musst du die Leute selber komplett coachen. Ja, das sind alles gute Spieler hier. Trotzdem einfach sagen, Hilumo, du bleibst stehen, swipe, du gehst rein und so weiter. Wenn du das als Raid-Liter kannst, super nice. Wenn du es nicht kannst, delegiere vielleicht einen Spieler, der die Übersicht dafür hat und das gut machen kann. Und die einzige Aufgabe, die wir jetzt haben, ist hier, den Raid einigermaßen getoppt zu halten für Pull 3. Und der Pull 3 und der Pull 4 ist arguably der härteste Part bei Dathair. Wenn ihr diese beiden Dinger safe spielt, ist der Boss praktisch tot. Was jetzt also passiert ist ein Knockback. Da habe ich mich leider sogar durch Xel knocken lassen. War ein Fehler, weil ich mit meinem Death Advance verkackt habe. Aber es ist schön, dass wir das im Video sehen. Wenn man aus Versehen einen Mark bekommt, dann ist das Stern-App das letzte, das fünfte App das Müll-App. Das ist da, wo man einfach Marks reinträgt, wenn man eins zu viel hat. Tragt da wirklich immer, wenn ihr euch anstecken lasst, der, der sich angesteckt hat, da rein. Oder ihr kommuniziert kurz. Wenn da jemand anderes steht, dann sagt, du gehst dann dafür rein. Also das ist das Müll-App. Aber beim Müll-App, guck mal, was ich gecallt habe. Weil das ist, was außerhalb der Reihe passiert. Ich gebe ab, Vorsicht. Gut. So, ich habe gesagt, ich gebe ab, Vorsicht. Einfach nur, weil die Leute nicht wissen, dass ich jetzt gerade bei Sternen was abgebe, weil es außerplanmäßig ist. Damit derjenige da hinten nicht parallel mit abgebt. Also bitte kommuniziert, wenn ihr was abgebt. Weil Zweier-Stack ist halt super krass. Wir sind gerade mitten im Cyclone. Einen Stack sollte man immer abgegeben haben. Weil wenn ihr wartet bis nach dem Cyclone, weil direkt acht Sekunden nach dem Cyclone kommen schon die nächsten Marks. Und es gibt noch zwei Leute, die Marks haben. Also es ist wichtig, dass man mindestens einen die Buff Rollen hat. Direkt der nächsten jetzt. Zack, da ist der nächste. Und den Marks in zwei Sekunden. Und der letzte, Somni, Marks kommen in drei, zwei, eins. Jetzt sind schon die neuen Marks da. Also wir müssen diesen Debuff immer am Laufe, also mindestens einer sollte immer am Start sein. Versucht das zu fixen. Und jetzt kommt die letzte Add-Welle. Das Schöne ist bei der Add-Welle, dadurch, dass wir wissen, welche die ersten beiden Plattformen waren, wissen wir automatisch, was die dritte Plattform ist. Dann können wir jetzt schon mal pre-positionieren. Ich ziehe den Mob also schon mal in die Richtung vom Mond, weil das das letzte ist, was noch übrig ist. Und da könnt ihr dann wieder eure drei Minuten CDs nutzen. Und wenn die Pots ready werden, könnt ihr auch die Pots oben nutzen. Meistens immer die Gruppe vier, die die Pots wieder ready hat. Und da solltet ihr noch einmal gucken, dass ihr unbedingt überlebt, unbedingt alles hinkriegt. Da oben wiederholt sich das alles nochmal. Dasselbe wiederholt sich auch. Wieder AMC stellen. Die Leute, die Einschläge dodgen. Einmal jetzt. Da. Dodgen. Dann wieder orientieren. Dev CD ziehen. AMC. Mob explodiert gleich. Ich ziehe ihn ein bisschen zur Wand. Den nochmal dodgen, während er nach außen geht, während der Explosion. Der ist wichtig. Den dürft ihr nicht abbekommen. Gucken, wo ihr landen wollt. Aufpassen. Und in vier Sekunden kommt der vierte Cyclone. Während ganz frisch Marksupplied worden sind. Das ist die schlimmste Stelle. Und da dürftet ihr alle GS, alle Healpots, alle Dev CD's, alles was ihr noch habt, überlebt diesen vierten Cyclone. Wenn ihr das habt, während ihr trotzdem immer... Hier haben wir sogar ein Zweier-Stack. Nicht so geil, aber wie... Gute Heilung. Sehr guter. Und noch ein Eiler. Perfekt. Der Cyclone ist giga safe. Hier ist absolut geil. Wie die Leute gespielt haben, wie sie aufgepasst haben auf sich. Überhaupt keine Gefahr. Jetzt kommt gleich das letzte Ad, was wir spawnen. Was wir auch machen, ist ab den Ads, beziehungsweise ab Marks 8, ab ungefähr Marks 7 und 8, jeder, der die Marks immunisieren kann, immunisiert sie auch. Jeder Paladin bubbelt, jeder Mage iceblockt. Wir wollen so wenig Marks wie möglich haben, weil man hat immer mehr Marks, als man am Ende braucht. Und das hat am Ende ein bisschen mehr Puffer dann für unseren Müll-Ad, weil das halt nicht so vollgemüllt ist. Und in dem Fall hatte er leider keine Iceblock mehr ready, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, doch, hatte er. Ich habe ihm sogar gesagt, mach Iceblock bitte, wenn du Iceblocken kannst. Denn die nächsten Ads spawnen in sechs Sekunden. Da ist der Infuser frisch gespawnt. Das nächste Ad ist da. Ich tanke ihn genau in der Mitte, weil wir noch nicht wissen. Die vierte Plattform ist komplett random. Wir gucken, wir gucken, welches es ist. Es ist Montag hinten, perfekt. Der Tank hat gecallt. Und der Boss ist jetzt schon auf 32%. Wenn ihr mit Gear reingeht, dann ist der Boss noch viel, viel niedriger. Aber spielt die letzte Plattform noch? Maybe so mit 4, 15, 4, 20, wenn ihr das Gear-Niveau habt mit der ganzen Gilde, dann könnt ihr sogar die letzte Plattform hier skippen und einfach nur noch Boss nuken. Geht auch. Aber spielt sie ansonsten. Fünf Minuten sind um. Die meisten haben ihre Pots ready, die CDs ready. Die letzte Plattform noch einmal spielen, dann runterkommen und einfach dann nur noch Boss töten. Das Einzige, was sich jetzt noch unterscheidet, ist, dass die Marks, die jetzt kommen, das letzte Ad spawnen. Das ist hier 50%. Ihr wisst also, fünf Marks kann das Ad noch aufsaugen. Und sobald das da ist, können die Marks nicht mehr abgegeben werden. Die sind permanent im Raid. Umso länger die Marks ticken, umso mehr Damage machen sie. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Aber sobald, jetzt ist die Gruppe von oben runtergekommen und die Leute haben die Marks, die können die Marks nicht mehr abbekommen. Wir haben noch ein neues Ad, was oben gleich ist und die ganze Zeit auf dem Boss channeln wird. Und der Boss wird die ganze Zeit Stacks bekommen. Aber das ist egal, weil der nächste Cyclone ist noch eine Minute weg. Das wäre das Schlimmste, wenn der mit dem Stacks den Cyclone casten würde. Und wir ziehen einfach nur noch den Boss durch. Es ist nichts mehr los. Wenn ihr hierhin kommt, die vierte Platzform, alle sind noch am Leben, einfach nur noch sendet und tötet den Boss und damit ist der Teer endlich da. Und ihr wisst also, die ersten ungefähr eineinhalb Minuten sind wichtig. Danach ist Cyclone 3 und 4-Stabil-Spielen wichtig. Einzahlung ist wichtig. Und sich daran halten, nicht Damage zu geiern ist wichtig. Da dürft ihr die Leute auch wirklich an den Arsch packen und sagen, hey, geht gar nicht. Und dann kriegt ihr den Boss auch da. Viel Spaß. Und dann bin ich jetzt. Vielen Dank.